Hallo und Willkommen zu Physikalische Chemie für Dummies. Frage heute, was ist Dampfdruck? Wenn wir Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser, in ein geschlossenes Gefäß geben und oben noch ein bisschen Platz für Gasphase lassen, dann passiert folgendes. Das Wasser wird beginnen zu verdunsten und in der Gasphase wird sich ein Wasserdampfpartialdruck aufbauen. Das liegt daher, dass das Wasser in der Flüssigphase eine gewisse Fluchttendenz hat, dass es sich nicht so wohl fühlt und fliehen will aus der Flüssigphase in die Gasphase. Es ist zwar energetisch gesehen nicht so günstig, denn dieser Prozess braucht Wärme, aber ist entropisch gesehen günstig, denn er vergrößert das Chaos. Der Prozess geht natürlich nicht ewig weiter, er kommt zum Stillstand, wenn hier der Dampfdruck erreicht ist. Der Dampfdruck ist der Partialdruck über einer flüssigen Phase im Gleichgewicht. Bei Wasser und 20 Grad beträgt der Dampfdruck immer 2,3 Kilopascal. Was hier oben also in der Gasphase der Flasche ist, ist nicht reine Luft, sondern ist Luft plus Wasserdampf, der Wasserdampf hat einen Partialdruck von 2,3 Kilopascal. Der Dampfdruck hängt natürlich davon ab, welche Art Flüssigkeit hier vorliegt. Wenn wir hier Alkohol reingeben, ist der Dampfdruck höher, wenn wir hier Quecksilber reingeben, ist der Dampfdruck geringer. Auch Feststoffe haben übrigens einen Dampfdruck. Wenn wir hier Eis reingeben von 0 Grad, hätten wir 0,6 Kilopascal. Der Dampfdruck ist abhängig von der Temperatur. Je höher die Temperatur, desto mehr Teilchen befinden sich hier in der Gasphase. Clausus-Glaparronsche Gleichung, ein weiteres Thema für unsere Vorlesungsreihe. Der Dampfdruck ist abhängig von der rein hinterflüssigen Phase. Je mehr Verunreinigungen hier drin sind, desto geringer ist der Dampfdruck. Die Gasphase in dieser Flasche enthält auch Wasserdampf, aber weniger als 2,3 Kilopascal. Das liegt daran, dass wir hier kein reines Wasser haben, sondern Wasser, was mit Essig verunreinigt ist. Fassen wir zusammen, der Dampfdruck ist der Druck, der sich über eine Flüssigkeit einstellt, im Gleichgewicht. Der Dampfdruck ist davon abhängig, was für eine Flüssigkeit wir haben, was für eine Temperatur wir haben und wie rein die Flüssigkeit ist. Bei Wasser und 20 Grad sind das immer 2,3 Kilopascal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.